Ich hab auch Bock auf League, also. Nice. Ich hasse League. Scheiße, ich hasse dich einfach. Wir hosten by the way immer Noway, wenn wir offline sind, ne? Why? Ja, man kann zum einen schönsten Hosting-Liste. Ich dachte, das ist eigentlich nur für diese Raids und sowas. Ne, nicht für Raids. Doch, ich hab nicht ganz gerafft, was Hosts sind. Aber es ist wohl immer, wenn du... Immer wenn du offline bist, hostet man dann jemanden. Das hat die Einstellung gemacht. Das hab ich nicht ganz gerafft. Das hostet man Noway. Man fühlt sich auch nicht schlecht. Ich will eigentlich was mehr sind, so Kleidere zu hosten, glaube ich. Weil die das halt dann sehen, dann so alle denken, ah, die kann ich auch in eine Hosting-Liste packen. By the way, kennst du nicht den better Twitch-TV aus? Äh, ein bisschen vielleicht. Kommt drauf an, was willst du? Also ich hab wohl so ein Accord-Liste verknüpft vorhin. Aber ich hab mir eigentlich nicht. Da kann man ja ganz quasi eigene Emotes machen und die hochladen. Ja. Und wenn die User auch better Twitch-TV haben, dann können die das quasi so benutzen mit Twitch halt. Ja. Und Discord verbinden. Die Frage ist, dass halt ultra viele so voll bekannte Emotes, so wie das Peebo-Kram und... Die kann man alles einfach so nehmen, aber sind die Copyright-Claims? Also krieg ich ja Claims? Nö, kommst du safe anfangen. Sicher? Ja. Okay, dann würd ich einfach nehmen, weil die sind echt geile dabei. Weil die kann man natürlich mit Discord verknüpfen. Und da könnte man einfach halt auf Discord und Twitch quasi immer die gleichen Emotes haben. Also außer halt die Abo-Emotes, ne? Aber ja, ganz gerne Emotes malen, wenn du Lust hast. Hell no. Okay, ich hab gar nichts eingestellt. Okay, immerhin diese Kategorie ist richtig. Muss den Titel noch ändern. Hm, ich geh nochmal kurz auf Discord. Oh ja, dann leg ich mir den Titel aus. Haha. Oh ja, dann leg ich mir den Titel aus. Was hab ich? Was bin ich denn? Gold 3.0 LP. Oh je. Andi? Also. Vielleicht machen wir auch ein bisschen Solo-Cue, wenn Andi es mir öffnen will. Ich hab gerade Silber 1, 460 LP. Ich hab hier ja Goldboosten für den Scannen. Undi. 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 und hast du bock ist welcher ist denn 4 da können wir kein solokio spielen ja dann halt nicht müssen wir doch flex spielen alle gut hey freue mich total auf diesen großartigen stream danke bei ochi da ist eine stufe 1 prime sub hier so sieht es auch nicht auch bei uns reinges habt ja wir spielen gegen dich an die man trainiert ihr wir haben donnerstag trainiert ja so ja so